Fireheart Games So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Angespielt. Heute mit Tohu zur Spieleaktion, ähm, Herzedition von Steam. Bei der wir, ja, reichlich Demos präsentiert bekommen. Und Tohu ist eine davon, die ich euch heute gerne vorstellen möchte. Und ich würde sagen, ja, wir machen mal einen Blindflug und ich würde einfach mal ein neues Spiel starten. Und, ähm, vergebt mir, wenn wir nicht so richtig, wenn wir ein bisschen, naja, wenn wir jetzt nicht auf Anhieb jedes Rätsel lösen, aber wir werden uns ein bisschen durchbeißen. Es war eine selten Nacht. The fish planets were sleeping silently. They remained undisturbed until the arrival of an unknown mysterious light. From the shadows came a strange creature whose only intention was destruction. The sacred engine was broken and all life on the fish was in danger. Someone had to fix it before it was too late. So, und damit nochmal herzlich willkommen zurück zu Tohu. Untergeschichte um das mysteriöse Mädchen und ihr noch mysteriöses Alter Ego Kubus. Ähm, das ist nämlich der Twist hier an diesem kleinen Adventure. Ähm, wir spielen eigentlich dieses Mädchen. Wir können aber auch, äh, in ihre alte Ego-Perspektive wechseln. Einem riesigen mechanischen Golem. Ja, wir werden uns mal überraschen lassen. Und, ähm, mal schauen, wie viele Abenteuer wir hier auf dem Fischplaneten verbringen werden. Und diese Demo, wie gesagt, bis zum 13. Ja, ist ja gut, ich erzähl noch. Bis zum 13. Haha, da kann man alle möglichen Demos. Und, äh, ich zeig dir hier noch einen kleinen Ausschnitt. Äh, aufs Team kostenlos spielen. Und, naja, vielleicht ist für den einen oder anderen was Schönes dabei. So, ich würde mal sagen, wir springen mal hier rein. Ähm, uns geht da rum. Wir müssen... Oh, nein, der Hund. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puff, so. Ähm. Okay, wir können den Kubus morphen quasi. Und wenn wir ein paar, ein paar Muskeln brauchen, okay. Oh, geil, das ist Kubus. Und, ach, ausgezeichnet. Er ist Kubus und er ist stark. Und Kubus kann schwere Objekte handeln. Alles kein Problem. Dann würde ich sagen, komm Kubus, befreie den Moppy. Lauf, lauf du. Warte, rüber. Ich glaube, es war ein Hund. Oh, jetzt haben wir dafür die Katze kaputt gemacht. Ähm, wir haben Besuch. Guten Tag. Hallo? Äh, warte. Ja, hallo. Ja, hallo. Äh, okay, das hatte ich mir jetzt ganz anders vorgestellt. Aber jetzt, ähm, warum? Okay, die unendliche Maschine. Wir haben ja im Forschwein gesehen, äh, ein gruseliges Wiesel, das nur Vernichtung und Zerstörung kennt, ist in unsere Welt gekommen und hat die heilige Maschine zerstört. Sooo, nur Junkel könnte helfen. Aber er, was, er lebt auf einem anderen Fisch. Irgendwie ganz weit weg. Und wir müssen einen Transporter hin besorgen. Okay. Na gut. Boah, die Hintergründe. Meine Güte, das ist so schön. Das wurde sehr, sehr hübsch gemacht. Okay, da haben wir ein... Du hast ein Grünbrünchen, Fliege, hier haben wir noch eine mit einer Schere. Ja, ja. Was passiert da? Warum? Hey, hier geblieben. Was, ähm, was zum Geier? So. Dann lebe ich mal den Stamm sauber auf. Und weißt auch immer, dass... Ja, was zum Teufel? Was ist das? Guck mal doch mal rein. So. Wir sollen die heilige Maschine gut achten. Wir müssen den Stein zurückbekommen. Fragezeichen. Fragezeichen. Und, äh, ja, okay. Na gut. Dann gehe ich doch mal hier auf das Kreuz. Ähm, es sollen die Befragung machen. Wollen wir da in den Zweien? Alles bewegt sich überall, sowas. Die ganzen Charakteren haben wir auch. Echt? Hm, ganz sprichiges Blinz. Ja, keine Ahnung. Das quären wir jetzt schon. Extrem gut. So. Wie sieht das hier aus? Hier können wir zwischen, hier können wir hier laufen. Ähm, wann ist das hier, Arlet? Und was können wir hier machen? So. Laufen wir da erstmal hier oben hin. Gucken wir uns das mal an. Was ist hier zum Geier los? Das ist mal um zum Teufel. Mit? Hm. So. Sie verzieht nur die Schultern und weiß nicht. Ja, das Ding ist einfach weg. Ähm, okay. Hier fehlt die Abdeckung. Diese Steine bewegen sich einfach von sich hin. Können wir noch irgendwo hinlaufen? So. Hier gibt es auch irgendwie nichts zu tun. Ja, kann das sein. Glaublich. Ah. Es ist ein... Oh. Okay. Na gut. Äh. Ein Scherenvogel. Ja, der war schön. Dann haben wir hier. Komm, lass dich klicken. Hm. Der will sich nicht klicken lassen. Dann haben wir hier noch mal einen... Was ist zum Teufel? Okay. Na, sehr schön. So. Dann rennen wir mal einfach dem Siegel hinterher. Was sowieso. Wieso. So richtig hier. Was konnten wir ja noch nicht machen? Große Frage. Hallo? Ich sehe auch. Man kann sie nicht klicken. Ähm. Hier könnte man irgendeinen Hebel ziehen. Was passiert da? Hm. Es bewegt sich alles, aber... Irgendwie ist es nicht das Wichtige. Ich das Gefühl. Äh. Ja, sehr gut. Äh. Müssten wir uns in den Kugus verwandeln? Können wir jetzt irgendwie... Oh mein Gott. Komm, komm, komm. So. Wie sieht das aus? Kannst du... Sehr schön. Man kriegt noch mal Hilfe. So. Ich schmeiß das wieder rein. Warte auch immer... Okay. Eine Stufe haben wir jetzt schon mal geschafft. Na, okay. Na gut, na gut. Können wir hier oben noch irgendwie mal rein kloppen? Oh. Aber, ähm... Tut mir leid. Ähm... Wiss ich nicht. Ist das jetzt ein Unterschlupf gewesen? Von dieser... Ähm... Von dieser Armkrabbe? So. Ausgezeichnet. Können wir uns das Ding gleich unter den Nagel reißen? Sehr schön. Und wir haben es in der Tasche. Jetzt auch gerade erschienen ist. Sehr schön. Ich will mich mal kurz zurück verwandeln. Und dann gucken wir mal, was... Was mit der Krabbe hier oben raus ist. Hat die eine Krücke? Oh, okay. Jetzt ist es ein Minimum. Okay. Was ist das hier? Ich bin sehr wuchsig. Was ist das hier? Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Warte, komm, ich helfe dir. Ja, sehr gut. Ha! Was ist das? Ach, sehr schön. Ah, sehr lange Zeit, meine Brüder, ein Adventure. Erkunden wirklich. Hm, 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 hm. So. Gehen wir mal runter. Wir haben ja eigentlich alle, was wir brauchen. Hier ist noch eine Schnecke. Die lässt sich da ordentlich durchruddeln. Äh, gut. Dann können wir ja wieder zurückgehen. Dann können wir zumindest an der heiligen Maschine. Jetzt seh ich ihn gerade erst. Dann lassen wir mal an der heiligen Maschine. Äh, mal wieder hier. Ja, ganz schön. Dann tun wir mal so. So, du. Ruf damit hier. Ich muss den Siegel einsetzen. Ich hab keine Ahnung, wie ist es ein Stein hier. Wie ist es? Oh. Na, tolle Brust. Es gibt vier Hebel. Ich will sie alle drücken. Oh mein Gott. Ich hab keine Ahnung, was sie anstellen. So, Hebel Nummer eins. Okay, jetzt sind da die Lamm angegangen. Ui, ui, ui. Jetzt hab ich keine Ahnung, was passiert ist. Also null. Also null. Ich drück jetzt einfach alle Hebel. Okay, das war falsch. Heißt also, äh, eins, zwei, vier, drei. Oh, dann soll ich das jetzt verstehen. So, ruf mit dir. Ja, ausgezeichnet. Jetzt Nummer vier, bitte. Nummer vier. Ja, ganz schön. Okay, drei musst du jetzt gar nicht drücken. Jetzt ist er da oben. Ah, jetzt ist die Leiter wieder. Oder beziehungsweise die Klappe. Okay, ist jetzt wieder aufgegangen. Dann könnten wir uns ja jetzt nach drüben machen. So, ich bin echt gespannt. Und da. Ist schön hier. Hier, was ist denn? Oh, der folgt in seinen Augen. Das ist geil. Okay, der hat, ähm, ja. Der hat bestimmt nur eine... Die Fliege war kalt, quasi. Das ist... Kann man hier irgendwie... Hallo. Ja, ich weiß, ja. Ähm. Kann man hier... Warte mal. Es ist wirklich auch nur ein... Dann gehen wir mal wieder zurück. Sieht aus, als müsste er irgendwas in seinen Händen halten. Beziehungsweise in Schalen müssen wir irgendwas reinladen. Ähm. Hm. Hm. Ah, okay. Huch. Beruhigt. Der Charakter an sich muss nix machen. Wir müssen was machen. Komm runter. Das ist alles. Okay. 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 Gut. Wir haben... Es fliegt anscheinend. Und wir haben eine... Eine Fliege haben wir am Start. Das ist aber nicht so aufregend. Müssen wir mehrere Fliegen haben. Was ist das? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Okay. Ich, ähm... Was war das? Weg, ähm... Okay. Na gut. Wir müssen die Fliegen wegfeuern anscheinend. Da brauchen wir ein bisschen mehr Power. Äh, warte. So. Ja, das war doch gut. Huch, entschuldige. Okay. Nummer... Fliege Nummer eins. Äh, hier hinter wird ja bestimmt keine Fliege sitzen. Ähm... Was ist mit der Libelle da oben? Komm ran hier. Nee. Die will nicht. Anscheinend... Anscheinend... Das ist doch wirklich nur die kleinen Gelben, oder? Glauben. Aber, äh... Ich seh keine mehr. Wenn ihr ehrlich seid. So, zwei haben wir am Start. Aber wo... Kleine Süße, du? Was ist denn? Oh, ein... Okay, na gut. Ah! Interessant, interessant. Können wir jetzt eigentlich auch hier rüber? Nee, können wir nicht. Okay, na gut. Dann weiß ich Bescheid. Äh, irgendwoher müssen wir jetzt wahrscheinlich noch... Kann man hier noch irgendwas machen? Äh, nur gut. Kann man hier noch was machen? Nö, geht auch nicht. So, was ist mit ihm hier? Er hat doch da irgendwie noch eine Fliege im Mund. Er sieht doch ganz genau. Aber wo wäre dann die vierte im Mund? Hm. Ihn kriegen wir jetzt ja irgendwie nicht dazu überredet, habe ich das Gefühl. Gucken wir nochmal an den anderen Bildschirm. Vielleicht haben wir da noch ein paar Gelben hier. Ein paar von den gelben, dicken. Hm, das ist irgendwie nicht die richtige. Hm. Okay. Dann kann ich da nochmal schnell zurück. Mal schnell reden. So, aber jetzt, äh, so, äh, im Hintergrund. Das ist kein Problem. Hm. Gehe ich da nochmal hier hin und versuche mal hier noch den Schraubendreher irgendwie, der Schraubendreher fliege zu überreden. Nö, das fliegt einfach fröhlich an ihm vorbei. Okay, ist wirklich nur das, was wir hier vorne sind? Im Rucksack haben wir auch echt überhaupt nicht mehr. Der Tagebuch, wann sagt er Tagebuch? Ich soll einfach den, den Dschungel suchen. Okay, na gut. Aber sie bescheid. Äh, wie besuche ich denn den Dschungel? Ja, warte. Wir wechseln mal. Komm ich hier runter? Komm ich, kann ich... Hm. Hm, nee. Kann ich auch nicht mehr? Also als Brücke quasi? Hm, hm. Kann ich hier hoch? Kann ich mit dem Ding? So. Das war viel zu tief oder viel zu schlapp. Ich mach mal ein bisschen hoch. Das war viel zu wenig. Ja, das funktioniert auch. Oh, da ist noch einer. Ja, uh. Von Glasius? So. Große Frage, große Frage. Hm. So, hier einmal wieder raus. Heißen, also, wir haben hier doch noch alle drei. Beziehungsweise alle vier. Und er hat die vierte Maul. Hat er die gefressen? Wie kommen wir da ran? Das ist wirklich die große Frage. Ähm. So, Lichter können wir nicht anmachen. So, können wir, können wir, kann es ihm schlecht gehen? Können wir seine Augen irgendwie ein bisschen, ein bisschen Augenkneist? Keine Ahnung. So. Können wir, wird ihm, wird ihm schwindelig und schlecht? Muss er sich übergeben, wenn wir das machen? Nee, anscheinend nicht. Schade. Schade, 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 schade. Ähm. Ja, 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 ja. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, Kubus. Äh, tut mir leid, tut mir leid. Ähm. Der scheint es ja denn irgendwie... Hm. Ja, ich soll immer noch... Ja. Es fehlt einfach eine. Es fehlt einfach eine. Hm. Wie wollen wir es machen? Oder wie können wir es machen? Wie besser gesagt. Hm? Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch, wenn ich ehrlich bin. So. Wer hat eventuell hinten noch irgendwie was im Maul? Da können wir aber irgendwie nicht hier ran, habe ich das Gefühl. Oder ist es einfach wirklich nur ein Hintergrund? Lustiger Hintergrund? Oder ist es nur wieder eine Schraubendreher oder Schere im Fliege? Hm. Berühre kommen wir auch nicht. Hm. Die können wir auch nicht abschießen. Den? Nee. Das funktioniert überhaupt nicht. So. Hm. Ich guck mal noch hier drüben. Haben wir auf dem anderen Bildschirm irgendetwas übersehen? Also nicht von dem Tier? Das ist hier irgendwie das Zweifel für die Schraubendreher von dem anderen? Habe ich das Gefühl? Ja, aber das ist mit dir. Willst du nicht irgendwie an meinem Helikopter mit rumarbeiten? Ich muss nämlich wohin. Ich muss sie, ich muss die heilige Maschine reparieren. Das sind sie viel verlangt. So. Nee, es knischt. Na ja. Was sind jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Überall versteckt sich ja. Das ist wirklich sehr süß gemacht hier. Äh, nö, 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 nö. Ja, 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 ja. So, Sebastian regt sich auf. Das Ding ist ruhig. So. Die Schnecke, nö. Hier haben wir ja das Siedel runter. Das ist aber auch keine gelbe. Hm. Hm. Hm, ich schätze, dass sie irgendwie... Was? Nö, irgendwie nicht. Hm. Nö, der schläft. Den können wir auch nicht aufwecken. Keine Ahnung. Ah, hm. So, hier würde mir eigentlich nur noch jeder das Schiebenski auffallen. Ja, der... Hm. Ja, 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 ja. Ich bin... Ich bin ein bisschen überfragt. Wenn ich ehrlich bin... Nein, 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 nein. Ah, das wollte ich gar nicht. Ich habe einfach nur so wild in der Gegend geklickt. So, einmal wieder zurück, bitte. Nein, schön, nein, schön. Dann, äh... Müsste ja das Rätselslösung, müsste ja wohl hier sein. So. Komm, kannst du... Geht das? Kannst du das ausschalten? Ist das... Ist das die Fliege, die ich noch brauche? Kann das sein? So, hier läuft irgendwie immer durch. Hier läuft aber da oben lang, da hinten lang, irgendwo. Hm. Besteckt sich irgendwo... Hm, nee, anscheinend nicht. Besteckt sich aber auch nichts mehr. Können auch hier nichts mehr machen. Hier auch nicht, hier auch nicht. Hm, können ich denn hier drüben... Huch, was war denn das? Wat, ähm... Hallo? Wat passiert hier? So, Entschuldigung. Hä? Oh, hab ich aus dem Bildschirm rausgeklickt. Entschuldigung. Ähm... Hm... Große Frage, große Frage. Große Frage. Mit ihm... Ich schieße jetzt einfach mal ganz dreist auf diese Seite. Nö. Hier fliegt er einfach durch. Das macht ja auch nichts. So. Nö, das macht auch nichts. Hm. Hm. Ich will da mal offen. Da war jetzt auch nichts weiter. Oh, die große Frage. Da passiert auch nichts, wenn wir das machen. Kann ich denn jetzt einfach reichen, wenn die... Okay, gut. Die drei reichen nicht. Das wollte ich nur noch... Ja, ja. Ich wollte nur noch mal sicher gehen. Ähm... Hm. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. So, hier ist die Bucke von hier auf der anderen Seite. Hier können wir noch hin. Hm. Ich gucke mir aber auch nicht rüber. Eventuell würde hier auf der anderen Seite wirklich noch was sein. Äh... Kann ich irgendwie was, ähm... Nö, das geht nicht. Das geht auch nicht. Da haben wir hier drüben irgendwie Asom noch... Ach, schau, als... Als Pumboz hier noch irgendwie was. Ja. Hm. Hm. Wir haben auch nichts mehr im Rucksack. Der ist komplett leer. Nein, einen hätten wir auch nichts mehr gewusst. Habt ihr nicht weggekommen, wenn ich ehrlich bin? So, deswegen bin ich jetzt ein bisschen überfragt, wenn ich ehrlich bin. So, deswegen bin ich jetzt ein bisschen überfragt, wenn ich ehrlich bin. Ach, keine Ahnung. Hm. Ich sehe... Das Problem ist, ich sehe jetzt auch nichts mehr, was irgendwie ein bisschen hervorsticht. Ähm... Hier ist ein Emi. Ja, ich weiß. Dann, äh, außer Emi. So, er hat da einfach nochmal welche. Vielleicht weise ich mich daran auch irgendwie gerade ein bisschen fest. Aber irgendwie, ähm, ist nischt, da ist nischt. Hm. Ist auch immer sehr nett, das zu machen. Ja komm, drei reichen doch bestimmt auch. Weiß ich nicht. Oder hier dieser, dieser schöner, ähm, ähm, Schraubendreher. Ähm, die Bellenfreund hier, der wir jungen haben. Hm. Nö, wenn ich ehrlich bin. Hm. Nichts mehr, was quasi auch die Kanone erreichen könnte. Wir können hier nichts aufschälen, wie hier dieses Teil. Hm. 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 Nö, bin ich auch der Befahrer gerade. Okay, da haben wir nochmal alle. Okay, was? Muss ich hier mal drauflegen? Was ist denn hier? Das ist aber witzig. Nein. Hahaha. Schade. Mist. Aber witzig. Nein. Boah, ist aber kompliziert. Zu spät oder zu früh? Nein. Hahaha. So. Es wird gerade sein, dass es da hinten schneller wird. Ähm Hä? Hm Reicht das auch gut damit? Ne, weiß ich nicht Oh mein Gott Ja Hm, ja, ja In der Schublade Ähm Also doch eher Aber wie zum Geier? Wie, wie, wie? Wie? Wie kriege ich ihn dazu Quasi das Insekt auszuspucken? Das ist wirklich die große Frage Na komm, sein Feiner Na komm, komm, komm Na komm, es wird doch irgendwie hinhauen Na komm, komm, jetzt mach's schon So, aber cool Ähm Die, diese, diese Rätsel quasi Tipps War jetzt auch schon wirklich herausfordernd Irgendwie war's ein bisschen Hm, naja Ich hab's ja selber gesehen Bei Parasura haben wir ja gebraucht Aber, äh Zumindest sind wir ja auch wirklich auf der gleichen Auf der richtigen Spur Aber ich hab keinen blassen Schimmer Das ist das große Problem Was? Okay Uh, naja, klar Hat doch alles funktioniert Oh mein Gott So Alter Schwede Das war Okay Na los Rein in unser schönes Gefährt Äh, ja Grazil Wie immer Ausgezeichnet Und dann Dann jetzt mal los Sehr schön Wir müssen auf einen anderen Fisch In diesem Äh Also einen anderen Fischplaneten Achte Worte, Leute Sieht ein bisschen aus wie ein Hammer Ich könnte's denen zutrauen Haha So Ah Okay Gut Das war's dann eigentlich schon Das war wirklich Eine kurze Eine wirklich kurze Und schmerzlose Ähm Vorführung hier In der Demo Beziehungsweise Naja Also wir haben einen kleinen Eindruck bekommen Ich mach mal hier auf Return Oder müsste man eigentlich gleich wieder vorne ankommen Ah Den schönen Ladebild Schön Sehr schön Sehr schön So Ähm Was wollte ich sagen Achso Äh Bis auf das eine kleine Rätsel Haben Das fand ich Weiß ich nicht War jetzt nicht unbedingt einleuchtend Also für mich Ich fand's ein bisschen Hm Aber dafür haben wir ja einen Tipp bekommen Durch dieses kleine Minispiel Das war Knackig Es war wirklich knackig Keine Ahnung Entweder zu früh oder zu spät geklickt Ähm Was ich sagen muss Ähm Ähm Naja Weiß ich nicht Ihr macht euch einfach ein eigenes Bild Ähm Die Rätsel Naja Waren jetzt ein bisschen Präsentiert In Anführungsstrichen Ähm Bis auf das Aber das liegt ja auch eigentlich Vielleicht daran Dass es hier wirklich nur die Demo ist Beziehungsweise Dass man einfach so ein bisschen reinkommt Und die Schwierigkeitsgrad Wird ein bisschen angezogen Ähm Es wurde schon sehr viel geholfen Jetzt am Anfang Und das letzte Rätsel Ähm Mit dem Glubsche Monster Computerbildschirm Ja Bis zum 13. Kann man Tohu Die Demo Noch runterladen Und dann eben auch spielen Es ist ein sehr kurzes Vergnügen Aber auch ein sehr schönes Und ähm Ja ich fand's wirklich toll Quasi die Ähm Wirklich liebevoll gestalteten Hintergründe Überall diese kleinen Kreaturen Mit denen man auch irgendwie Was anfangen konnte Ein bisschen was machen Ähm Die Rätseldichte War jetzt nicht allzu hoch Aber dafür haben wir auch nur 25 Minuten gespielt Und sind an einem Ein bisschen hängen geblieben Aber Ach naja So Das seid ihr doch schon gewohnt Dann Bleibt mir eigentlich noch zu sagen Ja Viel Spaß Äh Vielen Dank Fürs Zuschauen Hab viel Spaß Äh Beim selber Demo spielen Und Bis zum nächsten Mal Ciao